Heute möchte ich dir einen besonderen Eyecatcher für deinen Schreibtisch vorstellen, unsere interaktive Schreibunterlage. Hier siehst du zum Beispiel unsere Weltkarte. Wenn du jetzt mitkommst, zeige ich dir noch unsere Schreibunterlage Dinosaurier, Schreibunterlage Planet oder Planet und hinten für die kleinen Ballerinas und Tänzerinnen unter uns die Schreibunterlage Ballett. Alle unsere Schreibunterlagen sind rutschfest durch eine spezielle Beschiktung und alle teilen sich das Thema interaktives Lernen, das besonders wichtig ist. Hier am Beispiel der Weltkarte siehst du zum einen die jeweiligen Länderauflagen samt Ländernamen und wenn wir jetzt mal hier nach Europa gehen, um genau zu sein nach Deutschland, siehst du im Herzen Deutschlands natürlich uns, die Firma Moll. Wie du weißt, wir kommen aus Baden-Württemberg zusammen mit einem Moll-Schreibtisch. Gleich daneben siehst du in Frankreich den Eiffelturm und auch hier, wenn ich genau schaue, sehe ich in Sibirien gerade den Weihnachtsmann vorbei fliegen. Wenn wir jetzt noch mal nach Asien gehen und genau zu sein nach China, sehen wir typisch für Asien den Panda-Bären. Welche Schreibunterlage suchst du dir raus? Ich entscheide mich für die.